Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Hallo Leute, heute machen wir einen Fahrfilm. Heute präsentieren wir euch die Baureihe 23, eine Neubau-Dampflok von der Deutschen Bundesbahn, die auch noch bis in die 80er Jahre im Einsatz war. Wir werden sie heute präsentieren mit einem Eilzug der frühen Deutschen Bundesbahn. Viel Spaß damit, Abo und Like nicht vergessen. Ciao. Abo und Like nicht vergessen. Abo und Like nicht vergessen. Abo und par Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Ich hoffe es hat euch gefallen, dann lasst ein Like da und abonniert, das wäre fein. Ciao!